So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing bei mir auf dem Kanal. Leute, endlich ist gutes Wetter. Ihr wisst ja, es ist Oktober und es ist verdammt kalt draußen. Deswegen habe ich eine Jacke an. Und ja, diese wunderschöne Box ist, glaube ich, schon seit zwei Monaten vor der Tür. Und es hat, glaube ich, alles schon mitbekommen. Wasser, Schnee, Regen. Okay, Wasser und Regen ist, glaube ich, dasselbe, ne? Ja, ist dasselbe. Ich bin mir nicht sicher gerade. Wasser, Regen, Schnee, Wind, Sturm, alles. Und ihr seht, der Karton ist immer noch krass da. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ja, ich auch nicht. Also ich weiß nur, dass ein Elektroroller da drin ist. Aber wie der aussieht, was das für einer ist, ich weiß absolut nicht. Das werden wir gemeinsam das Ganze herausfinden, Freunde. Es wiegt nicht so viel wie das andere. Das kann man eigentlich gut hochheben. Deswegen wird es sicherlich ein bisschen kleiner sein wie das andere. Das Letzte, was wir geribelt haben, das war die Harley, diese Elektro-Harley. Die war ganz, ganz cool. Die habe ich aber leider nicht mehr. Die ist weg. So, los geht's, Freunde. Messer ist am Start. Zack, guck mal, das klingt ja gar nicht mehr richtig. Es klebt nicht mehr, es ist schon komplett kaputt. Ich hatte es sich schon selbst geantwortet. Ich hoffe, dass der Roller nicht verfault ist oder schimmelt schon angesetzt hat. Das werden wir mal gleich sehen. So, der erste Blick hinein, Freunde. Gucken, was wir da so haben. Oh, ist das wieder so dunkelgrau? Dunkelgrau? Nee. Nee. Nee, diesmal ist es ein schwarzer Roller, Freunde. Ein schwarzer Roller. Ich würde sagen, ich mache es von der Seite auf. Komm, komm her, komm her, Frau. Mach, komm, film von der Seite. Ich mache es hier von der Seite auf. Seid ihr ready, Freunde? Los geht's. Elektrofutura.de. Der beste Elektrofutura-Laden, den es gibt. Nein, ich wollte nicht dafür bezahlen. Glaubt ihr das wirklich? Diese Metallgerüste, ne? Egal, wie viel Geld der Elektrofutura habe ich bezahlt für dieses Video. Ich hasse dich dafür, dass du dieses Metall-Ding her die Dinger lieferst. Ich hasse das Ding. Ich hasse es zu entfernen. Das fackt mich jedes Mal ab. Ich weiß, er soll den Roller schützen. Aber mich schützt das nicht. Weißt du, wie oft ich mich schon an diesen Dinger verletzt habe? Bisher hatten wir immer so männliche Roller. Jetzt haben wir ein bisschen was beibliches. Bisschen gespannt. Vielleicht ist es was für dich? Na, vielleicht. Guck mal. Guck mal. Sag nicht, du hast den Schlüssel nicht mit. Wie, ich dachte, du hättest den Schlüssel? Als ob. Da haben wir doch keinen Scheiß jetzt. Nein, du hast doch das Auto umgeparkt. Ja, Leute, das Anmogs ist hier vorbei. Ich habe kein Werkzeug. Ciao. Okay, Google. Mach die Tür auf. Danke. Okay, Leute. Ist das das Richtige? Okay. Oh Gott. Ey, das ist alles verrostet. Dieses verdammte Gerücht. Ich werde Zimmer hassen. Immer. Die Nachbarn haben wir ein schickes Auto. Läuft bei den. Weißt du, für euch ist ein kleiner Schnitt und schon ist der Roller aus einem Käfig raus. Weißt du, für mich sind das eine Stunde hier. Versuche ich diese verdammten Schrauben zu lösen, ey. Das ist so anstrengend, oder? Aber naja, das erhöht dann die Vorfreude auf dem Roller. Ist ja klar. So, jetzt ist der Roller aber nicht nur in diesem Käfig drinne. Und man muss die Schrauben lösen. Nein, man muss jetzt auch diese dicken, ähm ... Fettkabel hier lösen. Kabel hier lösen. Ach so. Habe ich schon fast alle? Komm schon. Ja. Ah ja. Fertig? Oh nein. Oh scheiße. Jetzt weiß ich, warum ich ihn nicht bewegen kann. Die Handbremse ist angezogen mit dem Kabel. Ja. Jawoll. Hier haben wir unseren Helmfach. Oder einfach Verstauraum. Da ist traurig. Da ist ein bisschen Schlüssel dran, das ist gut. Und da drinne haben wir unsere Netzteile, die wir brauchen werden, um den Roller zu laden. Gucken wir mal kurz, wie das aussieht. Ein gewöhnlicher Stecker. Das ist ein besonderer Stecker. Der geht, denke ich, mal an den Roller dran oder an den Akku dran. Ich weiß nicht, ob man den Akku bei dem Roller abmachen kann. Das werden wir aber gleich rausfinden. So. Was haben wir noch da drin? Die Spiegel. Freunde, wenn die Leute das wissen wollen, das Ding, das Gerät gibt 46 bis 71 Volt und 4 Ampere raus. Falls viele Technikfreaks hinter euch, ihr will unbedingt die Daten wissen wollen von diesem Gerät. Aber ich gebe euch gleich noch ein paar Daten zu dem Roller. Wie gesagt, zur Zeit weiß ich noch gar keine Daten zu dem Roller. Aber das sage ich euch gleich, wenn ich danach gesucht habe. Im Internet. So, ich würde sagen, dann packen wir weiter mal aus. Los geht's, jetzt ist die Zeit. Oh, ne. Oh, ne. Scheiße. Da. So. Ja, jetzt krieg ich das langsam zu sehen, Freunde. Ist auf jeden Fall viel kleiner als die, die wir bis jetzt gerealert haben. Also für mich wirkt das eher so wie ein Frauenroller, oder? Bisschen schon, ja. Bisschen weiblicher, oder? Bisschen weiblicher. Mehr Runden, mehr Kurven drin. Ich setze schon mal kurz drauf. Ja, deutlich kleiner wie die anderen. Fühlt sich aber sehr angenehm an. Ist leichter. Leider hat dieses Kabel einen richtig krassen Dings da reingeschnitten. Seht ihr das? Ja, stimmt. Da muss man aufpassen, wenn man den verpackt, dass er nicht so krass da reinschneidet. Okay, wir haben hier zwei Stufen, wie ich hier gerade sehe. Wir haben einmal Eco und Fahr. Ja, ich denke, ich werde aber die ganze Zeit auf Fass fahren, weil die Dinger schaffen gerade mal 50 kmh. Also langsam willst du definitiv nicht fahren. Dann noch die Spiegel. Ja, danke schön. Mal gucken, dass wir es richtig anbringen. Der wird immer süßer, der kleine Roller. Oho, der fiesst wie. So. Da hinten ist noch. Dann haben wir hier noch eine Folie. Die entfernen wir. Von der Windschutzscheibe. Nicht, dass ihr bei 200 kmh den Wind in die Fresse bläst. So, dann haben wir hier noch Folie. Ich glaube, das hier ist verkromt. Für die Füße. So, für die Leute, die wir wissen wollen, wie das aussieht mit Gebäckfach. So sieht das Ganze aus. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Kann man eigentlich auch gut benutzen. Ich persönlich finde, es macht es zu klobig. Ich mag, wenn die Roller so ein bisschen kleiner sind. Ein bisschen, ja, nicht so klobig. Ich finde das so besser. Aber wie gesagt, ihr habt auch die Wahl, das Ganze so zu benutzen. So, Freunde. So sieht der Schlüssel aus. Wir haben hier eine Fernbedienung. Wow, nice. Was kann man eigentlich damit machen? Jetzt hoffen wir mal, dass der Roller nicht leer ist, Freunde. So, ich leg mal einen. Und. Und es ist leer. Ja, zwei Monate hier drauf zu stehen, war wohl zu lang. Irgendwo ist eine Sicherung. Es kann ja nur ein Teil der Bank sein. Kapau. Oh. Nice. Guck mal, das ist der Akku. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Das wiegt auch kaum. 10, 15 Kilo. Und hier kann man einmal draufklicken, kann man sehen, wie viel das Ding geladen ist. Wie ihr seht, ist nur ein roter Balken und zwei grüne hier ganz gleich. Ich kann es nicht genau sehen. Es ist so dunkel, Freunde. Es ist ein roter und zwei grüne. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Auf jeden Fall passen hier zwei Akkus rein. Das heißt, ihr könnt tatsächlich zwei Akkus rein tun. Und ihr könnt die einfach mit ins Büro nehmen oder einfach nach Hause und dort laden. Das heißt, der Roller muss nicht zwingend angeschlossen sein an der Steckdose. Das ist schon ziemlich praktisch. So, hier haben wir einmal das Kabel. Das schließen wir einmal an. Das muss man, glaube ich, drehen. Ah, doch nicht. Das ist eine Klickfunktion. Das ist eine Klickfunktion. Ihr drückt einmal runter und schon funktioniert das Ganze. Hier haben wir einen Schalter. Den müssen wir einfach auf ON umlegen. Zack. Oh, es hat gerade gepiept. Sehr gut. Oh, guck mal, was ich hier entdeckt habe. Ein USB-Anschluss, um das Smartphone zu laden. Das ist natürlich mega cool. So, hier haben wir einmal die Papiere drin. Sehr gut. Die brauchen wir nämlich, denn wir werden gleich schnell den Roller anmelden, damit wir gleich fahren können. Das kostet ja 50 Euro im Jahr. Das finde ich nicht so teuer. Wie gesagt, ein gewöhnlicher Roller. Hier, wir dürfen auch nicht auf die Straße, Leute. Warte. Oh, die sieht aber aus, das hat der Power. Ja, das ist gerade bei Eco. Warte, ich mach fast. Ja, dadurch, dass der so wenig wiegt, ist halt ein riesen Vorteil. Oh, oh. Kann mich nicht über den Haufen um. Die Frage ist ja immer, kann man Wheelies damit machen? Oh, ja, kann man. Kommen wir mal zu ein paar Datenumfagen. Der Roller heißt Elektrikolie. Was für ein süßer Name. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, oder? Die Höchstgeschwindigkeit bei diesem Roller liegt bei 45 kmh. Ist nicht gerade schnell, aber Freunde, das ist ja auch ein Roller. Insgesamt habt ihr eine Reichweite von 60 Kilometer. Wenn ihr zwei Akkus dazu bestellt, dann habt ihr sogar eine Reichweite von 120 Kilometer. Der Akku ist ein Lithium-Ionen-Akku und wiegt insgesamt 8 Kilo. Das Gesamtgewicht von dem Roller ist gerade mal 70 Kilo. Ohne Akku sogar nur 62 Kilo. Der Roller ist für maximal zwei Personen ausgelegt und hält eine Max-Zuladung von 170 Kilogramm. Die Betriebskosten belaufen sich gerade mal auf 85 Cent pro 100 Kilometer. Und angetrieben wird der Elektroroller mit einem verschleicht und geräuscharmen 1200 Watt Bosch Elektromotor, der ökologisch und zugleich ökonomisch arbeitet. Übrigens, die Wartungskosten sind wirklich nicht der Rede wert, im Gegensatz zu einem Benzinmotor. Für die Leute, die wissen wollen, mit welcher Führerschein-Klasse man das Ganze fahren kann, ganz einfach. In der Klasse AM kann man schon mit 16 Jahren erwerben. Klasse 1, A2, A, B und T sind sie bereits inkludiert. Das heißt, ihr könnt sofort loslegen. So, jetzt haben wir ein Kennzeichen. Mein Helm ist am Start, Freunde. Und... Der Roller ist ein bisschen geladen. 2,6 Prozent. Immer noch. Pass auf, Leute. Was ich gerade entdeckt habe hier, ist tatsächlich, wir haben hier einen Bosch-Motor, was richtig cool ist. Das habe ich euch vermutlich schon eben schon gesagt, aber das habe ich gerade entdeckt. Bosch-Motor. Und noch eine Sache, was ich entdeckt habe, ist, dass man den Roller ebenfalls von außen hier laden kann. Hier ist eine kleine Steckdose. Könnt ihr hier ebenfalls laden. Und ihr müsst also nicht zwangsweise den Akku rausholen. Das Lustige ist ja dabei, ich weiß nicht mal, wie man dieses Fach hier aufmacht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man das aufmacht. Ich sehe hier kein verdammtes Schlüsselloch, wie man hier das Ding... Ich finde es nicht. Aber gleich filmen wir es bestimmt heraus, wie das geht. Okay. Wir sagen zu den Helm an. Und dann so, Leute. Ich würde sagen, wir testen das Ding erstmal auf Eco. Ich weiß nicht genau, was die Anzeige heißen soll. Ob das einfach nur sparen soll, Strom, oder ob das langsamer fahren soll. Keine Ahnung. Das werden wir jetzt testen. Also fangen wir erstmal mit Eco an Vollgas. In 3, 2, 1, go. So, let's go. So, okay. Das startet gemäßlich. Okay. Jetzt haben wir 20 kmh. 22. Ich bin mal gespannt, wie viel kmh er tatsächlich scharf auf Vollgas ist. Bei Eco-Betrieb. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt gerade die höchste Schwierigkeit erreicht. Das sind genau 32 kmh. Also erstens fährt er langsamer und ihr spart dadurch auch Strom. Ich finde den Roller sehr wendig. Es macht sehr viel Spaß damit zu fahren. Es ist wirklich sehr angenehm. Sehr angenehm. So, jetzt testen wir einmal fast. Dann bin ich gespannt, wie schnell das geht. Normalerweise steht die Betriebsanleitung auf 45 kmh und das sollte er eigentlich ohne Probleme schaffen. Deswegen in 3, 2, 1 Vollgas. 3, 2, 1 Vollgas. Let's go. So, Freunde. Jetzt haben wir den Fahrtbetrieb. 25, 30 kmh. Das klingt ziemlich flotter jetzt. Auf 30 kmh. Ihr seht, die Geschwindigkeit steigt immer weiter. Wir sind jetzt auf 35, 38, 40. So, auf geht's. Vollbremsung. Boah, das klingt perfekt. Das ist richtig wendig. Es macht richtig Laune damit zu fahren. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Kein Vergleich zu dem Harley-Scooter. Der hatte richtig große Reifen. Und der war schwerfällig. Das Ding ist einfach sehr agil. Sehr geschmeidig, würde ich schon sagen. Und wie gesagt, ich finde es vom Aussehen sehr rund, sehr weiblich. Perfekt für Frauen, würde ich sagen. Aber auch Männer können sich damit sehen lassen. Ich sehe da gut aus, oder? So eine Sache, was wir noch nicht getestet haben, war die Lichter. Wir gucken uns einmal die Lichter an. Das müsste LED sein. Das ist jetzt normal Tagfahrlicht. Das sieht ja richtig nice aus, finde ich. Und das ist Nachtlicht. Das Tagfahrlicht ist einfach nur ein Ring in LED-Form. Sehr schick gemacht, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und dann einmal komplette Volllicht, also Nachtlicht. Sieht dann auch so aus. Sieht sehr, sehr sexy aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. So, jetzt haben wir die Blinker. Wir blinken die. Hier haben wir an der Seite LEDs. Und einmal auf der anderen Seite auch. Ich höre nichts knattern. Also klack, klack, klack. Das ist die Hupe. Wir haben zwei Hupen. Wir haben auf jeden Fall zwei Hupen, genauso wie bei der Vespa. So, Leute. Kommen wir mal zu dem Langzeittest. Mal gucken, wie der sich so macht. Okay, warte mal. Ach so. Den Ständer habe ich komplett vergessen. Bleib schon mal. Mach's gut, Nico. So, Freunde. Let's go. Jetzt sind wir mal die Batterie. Ich habe mir extra Handschuhe angezogen, damit ich hier nicht erfriere, Freunde. So, jetzt haben wir hier einen richtig krassen Berganstieg, Freunde. Wir sind jetzt hier bei 30 kmh. Ich bin mal gespannt, wenn der da oben auf den Höchst. Vorne, wie ihr seht, der geht langsam in die Knie. Aber trotzdem schafft der noch ganz gut. 26, 26 kmh mit voll Belastung. Ich bin gerade mit dem Roller gesprungen. Der ist so leicht und wendig. Man kann tatsächlich... Man kann tatsächlich... Oh, shit. Ich bin gerade mit dem Ding auf den Boden geknallt. So tief bin ich in die Kurve gefahren. Der ist so leicht und man kann tatsächlich mit dem Springen. Man kann echt einen Willi damit machen. Ich habe eigentlich gehofft, dass er ein bisschen schneller wird, wenn er bergab. Wird er leider nicht. 46, 47, 50 ist wirklich tatsächlich die Höchstgeschwindigkeit. So, der nimmt einfach hier die Vorfahrt genau und viel, viel lang. Schon der zweite... Oh, gulli! Zack! Drüberspringen! Gulli! Drüberspringen! Gulli! Drüberspringen! Gulli! Drüberspringen! Wie viele Gulli gibt es eigentlich auf dieser verdammte Straße? Wie gesagt, der Akku kann sich natürlich komplett unterschiedlich verbrauchen. Denn bei uns gibt es viele Berge und das beansprucht den Akku extrem stark. Wenn bei euch alles flach ist, dann wird der Akku natürlich deutlich mehr Halt. Und wenn ihr natürlich auf Eco-Betrieb geht, dann erhält er natürlich noch viel Lenk. Viertelstunde gefahren, jetzt haben wir nur noch 15 Prozent des Akkus verloren. So Leute, kommen wir endlich zu meinem Fahrt. Ich muss wirklich sagen, der Roller hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Gerade dadurch, dass der so wenig wiegt, ist das wirklich sehr, sehr lustig, dass man den Vorderreifen einfach so ohne Probleme hochziehen kann. Weil wie gesagt, der wiegt gar nichts. Das ist wirklich sehr, sehr leicht. Insgesamt kostet der Roller 1.700 Euro. Das finde ich ganz okay für einen Elektroroller. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Wenn ihr auch Interesse habt an diesen Roller, findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Einfach mal vorbeischauen. Ich glaube, zurzeit gibt es sogar eine Rabattaktion. Deswegen geht es gerne mal vorbei. Übrigens, wenn ihr noch weitere lustige Elektroroller-Scooter-Videos sehen wollt, findet ihr das hier auf dieser Seite. Links unten rechts kommt ihr zu allen Social-Medias, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter dem Video kann ich mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!